Eine Frage, die uns ganz häufig dieser Tage erreicht, ist die Frage, ob die Eigentümer von Ferienwohnungen, von Campingwagen, aber eben auch von Booten in die Region zu uns in den Landkreis kommen dürfen, um diese herzurichten für die Vermietung. Ab 25.05. sind wir für die Gäste aus Deutschland wieder offen. Man kann gerne herkommen zu uns und ab 18.05. können alle Eigentümer, Pächter, Mieter gerne ihre Immobilien, ihre Verpachtungsgegenstände gerne herrichten, damit die Gäste, die dann kommen, auch einen schönen Aufenthalt bei uns haben. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, dass in unserer Region Urlaub ein wesentlicher Bestandteil ist und Gäste dazugehören. Viele, sehr viele Menschen arbeiten in unserer Region in dieser Branche. Sie sind mit Kurzarbeit belegt und sie warten darauf, glaube ich, dass das Geschäft wieder losgeht, dass wir wieder Gäste hier haben. Gleichzeitig sind wir intensiv mit unserem Gesundheitsamt daran, die hygienischen Rahmenbedingungen, die Festlegungen auch umzusetzen, damit dann auch möglichst keine Invektionen bei uns hier entstehen. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Sie sind herzlich willkommen.